Jo, hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder hier atomTV und willkommen zu einem neuen Vlog und ich werde mir jetzt erstmal ein paar Brackkartoffeln machen, weil ich mega Hunger habe und da ich heute mal ein bisschen faul bin, werde ich fertige nehmen und zwar die hier, einfach hier Holzensägenfeite Brackkartoffeln die werden natürlich nur ordentlich gewürzt, aber ordentlich, ordentlich und dann würde ich sagen, lege ich einfach mal los, ich habe mega Hunger heute und ganz kurz noch, heute Abend circa 19 Uhr, stream ich wieder schaut einfach mal vorbei, ich wollte mich auf jeden Fall freuen so, dann würde ich sagen, fange ich das mit dem Braten an Jo mal gucken, ob das mit einer Hand alles geht hier so wird schon schwierig läuft auf jeden Fall geh, auf du so ja, jetzt wird schon schwierig, ich stelle euch mal eben ab so wie gut, dass ich ein Objektiv drauf habe, dann geht das alles so einmal festmachen Mama scharf, Is scharf Läuft Mama scharf, Papa scharf Läuft doch und ich bedanke mich auch nochmal bei allen die mich abonniert haben was im Moment abgeht, ist einfach mega krank mega krass auf jeden Fall, danke dafür so, Kartoffeln hier drin so, wunderbar bisschen verteilen so wie machen wir das jetzt am besten ich schmeiß hier alles um ja moin so da ein bisschen verteilen da 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 vielleicht solch Idiot mal in den Kühlschrank zu machen wär ne Idee oh man so das haben wir dann können wir das Ganze doch mal anmachen und ich würde sagen, wir sehen uns dann mal mal würzen wieder so ich werde das Ganze jetzt mal würzen erstmal kommt ein bisschen Paprika edelsüß rein ist doch edelsüß, ne ja ist edelsüß und nicht drauf ne aber richtig ordentlich ich mag das so, wenn das einfach tonnenweise Gewürz drauf ist ja so und ganz wichtig husten ist ganz wichtig ne mal eben wenden damit wir da auf der anderen Seite noch was machen können so ist zwar die faule Variante aber kann man auch mal machen ne, ich hab einfach Hunger jetzt und dann geht relativ schnell so mach mal die Packung auf oder was äh das war ein bisschen Paprika-Fail ich hab die falsche Seite aufgemacht läuft auf jeden Fall Applaus dafür scheiße das war ein bisschen viel ich hab zwar gesagt viel aber nicht so viel so und Salz werde ich dann gleich das noch nehmen rosa Opalsalz machen wir scharf das ist mega nice aber das mach ich erst drauf wenn die Pralkartoffeln quasi fertig sind und jetzt guck ich mal hier war nichts mehr so ja das fliegt einfach hin hier nehmen wir noch ein bisschen Schnittlauch ist auch immer lecker in Pralkartoffeln vor allen Dingen mit einer Hand kann man das echt gut öffnen machen wir hier Special ja he 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 so ein bisschen Schnittlauch drauf wunderbar es geht und dann mach mal nochmal Schnittlauch drauf ne ja was anderes hab ich grad nicht da aber so ist das eigentlich schon nice wird definitiv schmecken Leute so ich würde sagen ich brate das Ganze jetzt erstmal fertig und dann sehen wir uns gleich wieder ja wenn das Ganze fertig ist ja moin he 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 So, jetzt tue ich schon noch ein bisschen Salz drauf, weil Salz muss immer sooing, dann würde ich sagen, kann man das ganze auch mal hier reinschaufeln, ist nur ein kleiner Teller Bratkartoffeln, ja, kleiner Teller, ich habe ein bisschen Hunger, ja, Bratkartoffeln, so, ich würde mal sagen, das ganze sieht doch gut aus, beste Kameraführung heute, naja, das, schreibt mir echt die Kamera in die Kommentare, so, ich werde jetzt schön die Bratkartoffeln essen und da würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn ich mich so langsam auf den Stream heute Abend vorbereiten, ja, Moin, man muss schon sagen, dafür, dass das fertige sind, sieht das schon nice aus, kann man machen, oah, Leute, hier ist dunkel, ja, Moin, ich glaube, man sieht mich gerade gar nicht, ich soll vielleicht mal nicht, ich probiere seit einer halben Stunde schon wieder was aufzunehmen, boah, ich bin ja am ganz, sprachleber, die ganze Zeit am husten, wie ein Idiot, gerade geht es hier einigermaßen, aber ich darf eigentlich nicht kranker werden, puh, und heute Abend muss ich noch streamen, hoffentlich huste ich dann nicht den ganzen Stream, alter, kotzt mich das an, ey, Mann, so, erstmal Rechner machen, und dann geht es auch gleich schon wieder mit dem Stream los, die Webcam steht schon da, auch wenn man so gerade kaum erkennt, ja, und wie gesagt, dann geht es gleich wieder mit dem Stream los, trotz husten, keine Ahnung, irgendwie durchziehen, irgendwie durchziehen, da geht schon irgendwie, Mann, und ich habe auch keinen Mustensaft im Mix hier, regt mich das auf, naja, kannst nichts machen, kannst nichts machen, ist halt so, so, ich werde dann auch sagen, dass du was dann von dem kurzen Vlog, vlog, sprachleber, von dem kurzen heutigen Vlog, und dann würde ich einfach sagen, haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal, es war wieder euer TobiTV, heute Abend wieder streamen, um die 19 Uhr, 19.30 Uhr rum, und dann sage ich mal, haut rein, und tschüss, euer TobiTV. Bis zum nächsten Mal. Bye.